So, wir sollen den unmöglichen Glockenmörderfall auf dem Friedhof, den haben wir durchsucht. Finde die möglichen Glockenmörderüberlebende in der Anstalt. Es gibt eine Überlebende. Sie hat vielleicht Informationen zum Glockenmörderuntersuchung beginnen. Gut, damit können wir zurück zu Joy, aber ich möchte jetzt hier erstmal kurz unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Wer bist denn du? Nach Zeit, du siehst schuldig aus. Hey Kumpel, bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier zehn Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir ne Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von nem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detektiv und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir's dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Ja, viele wollen sich nicht helfen lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob's die falsche Frage ist, die wir stellen. Auf jeden Fall, hier ist wieder hier was zu unserem Benzinmörder zu finden gewesen. Jetzt können wir nämlich uns hier auch ganz anders bewegen. So, warte mal. Hier war die Katze. Hier, wo waren das? Hier sind wir langgekommen. Da vorne ist das Lux Eterna. Oder Lux Eterna oder sonst wo. Und hier können wir jetzt auch noch das Teil aufdecken. Jetzt funktioniert das. Und das ist hier von unserem nach wie vor mit dem, mit der ewigen Flamme haben wir jetzt hier endlich die Möglichkeit durch diese ganzen engen Schlitze und so weiter hier durchzugehen. Also, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir machen... Oh, was ist denn hier? Hier ist noch so ein Glockensymbol. Haben wir das schon gemeldet? Ich glaube, ja. Warte mal gucken. Ich renne mal kurz hier rum. Ich schaue mal gerade, ob wir hier noch ein paar andere Sachen vielleicht aufdecken können. Ich glaube aber nicht. Können wir hier rein? Ist das gesegnet? Das ist alles gesegnet, natürlich. Gut, ich würde sagen, dann Lux Eterna soll es sein. Und ja, wenn wir irgendwas haben, wo vielleicht nur so ein Sichtschlitz jetzt frei ist, dann kommen wir dann jetzt mittlerweile auch rein. Vielleicht kriegen wir auch noch mehr neue tolle Fähigkeiten. Und wir betreten die psychiatrische Anstalt. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wieder hergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Oh Mann. Und viele Leute sind hier gestorben und dann waren die auch noch verrückt. Entspann dich. Wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Man könnte sie halt auch als... ...die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen. Aber ich... Aber was? Wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen, sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Mein Gott, Ronan verlangt sehr viel von Joy. Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Dass man da mitten in der Nacht einfach reingehen kann, ist natürlich auch geil. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Ähm, hi. Ich brauche ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber... Aber... Sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Habe ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Ja, schauen wir doch mal. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene, abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Okay, krass. Wieso liegen hier Sachen von Joys Mutter glaubt, dass die Wahnvorstellungen der Mörder weit über die der meisten Leute mit klinisch diagnostizierten Problemen hinausgehen? Wieso liegen hier Aufzeichnungen von ihr? So, was haben wir denn da? Besuchszeiten stark eingeschränkt. Die Besuchszeiten sind strikt und bevorzugen definitiv Verwandte und Ärzte. Ja, das ist klar. So ein Dinosaurier. Ein Geschenk zur Genesung. Aber für wen? Für jemanden, der verletzt ist. Und hier das Foto mit dem Jungen auf Krücken. Ein Junge mit Krücken. Die Rezeptionistin muss ihm nahe stehen. Wahrscheinlich ist es seine Mutter. Ein Katzenwild. Durchhalten. Inspirierendes Poster. Kann nicht behaupten, dass ich davon inspiriert werde. Naja, vielleicht die Rezeptionistin. So, Moment. Muss mich kurz am Ohr kratzen. Na, wenn der Kopfhörer da stundenlang sitzt. So. Was haben wir denn hier noch? Einen Dienstplan. Sonst nichts. Dann würde ich sagen. Wie beeinflussen sie mal? Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Vielleicht eine Freundin, der Junge? Das hilft. Oh, Kleiner. Ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke. Jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Gut. Iris Campbell, Hochsicherheitstraktzimmer 216. Super. Welches ist die wichtigste Information? Ja, das hier natürlich. Elektroschock-Therapie geplant für heute Abend. Pfleger ist unterwegs. Sie ist im Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. So, dann müssen wir uns mal beeilen. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Klatschartikel Nummer 3. Niemand konnte das Geheimnis um den Glockenmörder in Salem lösen. Nicht einmal das Geheimnis des Symbols selbst. Da anscheinend keine Glocke bei jedem Tatort hinterlassen wird, hinterlässt der Mörder vielleicht eine Art Autogramm. Eine Stellungnahme zu seiner Identität? Wenn es mit seiner Herkunft zu tun hat, wäre die logische Schlussfolgerung, dass der Mörder ursprünglich aus Philadelphia kommt. Eine andere Stadt mit reicher Geschichte und Heimat der berühmtesten Glocke Amerikas. Aber wird die Polizei diesen kühnen Ansatz berücksichtigen, wenn es bedeutet, den Fall zu lösen und Dutzende von Leben zu retten? So, in Philadelphia. Ach ja, da ist die Liberty Bell. Hier war die von Dingens hier, die da geläutet wurde bei der Unterzeichnung, meine ich. Der Unabhängigkeitserklärung. Ein bizarrer Tod in der psychiatrischen Anstalt Lux Aeternar in Salem besteht vielleicht in Verbindung mit einer Mordserie in der Stadt. Eine Quelle bestätigt, dass eine Patientin tot aufgefunden wurde. Erdrosselt mit einem Betttuch, wo er mit 3T alter Pfui. Es mag der erste Mord in dieser Serie sein, der in so einer sicheren Einrichtung stattfindet. Das heißt, niemand ist sicher, nirgendwo, sagt eine verängstigte Frau, die direkt mit einem Zeugen sprach. Ich habe gehört, an ihrer Zimmerwand waren alle möglichen Zeichen und das Glockensymbol war vielleicht dabei. Ich bin mir sicher, dass er es war. Das heißt, er war schon mal hier drin. Ist er vielleicht hier als Pfleger angestellt? Gerade mal gucken, was wir hier noch so finden. Was ist denn hier? Aha. Mann in der Kiste. Hier haben wir schon wieder ein Geheimnis. Das ist schon mal sehr schön. So, wo ist unsere Joy? Sie ist wahrscheinlich schon die Trappe hoch. Kann man mal gucken, ob es hier vorne ist. Da haben wir aber... Aha. Und hier ist noch die Plakette. Die nehmen wir auch noch mit. Anstaltswidmung dieser Einrichtung ist den leidenden Seelen, die hier, die sie beherbergt und den gnädigen, die ihnen bei, in ihren Qualen Trost zu sprechen, gewidmet 1883. Sehr schön. Dann mal, wo sind wir hier? Mans oder Women's Ward? Und ach, jetzt können wir auch... So kommen wir auch da an dieser blöden Treppe da vorbei im Haus des Pfarrers. Warte kurz, Joy, ich muss hier noch das Geheimnis des Manns in der Kiste sammeln. Ich möchte mal kurz hier nennen. Da geht es nicht rein. Männertrakt geht es nicht weiter. Zeitungsartikel Nummer 6. Einen durchdringenden Leitartikel auf eben diesen Seiten folgend, der die Befähigung des Salem Police Department, den Fall des Glockenmörders umfassend zu untersuchen, infrage stellte, hat der leitende Ermittler Lieutenant Javier Rex Reyes angekündigt, dass sechs weitere Officer ausschließlich in diesem Fall eingesetzt werden. Alter, was ein Satz. Für eine direkte Stellungnahme nicht zu sprechen, wird Reyes in einer kürzlichen SPD-Pressebitteilung zitiert. In einem Department dieser Größe repräsentiert dies eine enorm wichtige Verlagerung der Ressourcen, was hoffentlich die Bürger bezüglich der Schwere des Falles beruhigt. Hm. Nun gut, was haben wir hier noch? Gedenktafel der Spanischen Grippe Allmayrschner gewidmet den Opfern der großen Spanischen Grippe-Epidemie 1918 in dieser Station ausgebrochen. Mögen ihre Seelen den Frieden finden, der ihnen im Leben verwehrt blieb. Also hier Spanische Grippe ausgebrochen, ob das so dann noch Gelbfieber, also hier ist ja alles abgegangen. So, High Security, Medical Dining Hall und Low Security, alles diese Richtung. Und irgendwo hat Joy die Kamera gesehen. Da oben ist er. Und ich würde sagen, der Geist hat mal wieder Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirnschocktherapie? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Unterstützung im Krankenhaus mal kurz. Es war so lieb, von Ronan mitzukommen. Ich weiß, es ist hart für ihn, mit meinen Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Ich glaube, in meinem Kopf geht etwas Schwerwiegendes vor und er leidet mit mir unter den Konsequenzen. Aber so eine Stütze, mein Fels in der Brandung zu sein, dafür braucht es einen richtigen Mann. Hm. Ich stehe das durch. Ich werde dafür sorgen, dass sich der Kampf lohnt. Los, gehen wir. Was ist denn hier? Ja, gut. Ich beeile mich, ich beeile mich. Aber wir müssen auch über den Mann aus der Kiste Bescheid wissen. Wo ist denn die Kamera? Und ausgepoltert. Also, ich finde ja, wir beide geben ein gutes Team ab hier. Joy und ich hier. Das ist schon, das ist schon cool. Joy, du kannst. Die Kamera ist tot. Ach, da war noch irgendwas hier. So, jetzt aber. Aha. Mach ich doch. Lass mich doch noch mal kurz. Alter, was ist denn das hier? Also hier wurden die Leute schon länger festgekettet und gefoltert, wie so aussieht. So. Ja. Kannst du mal sehen. So, Glatschartikel Nummer 2. In einer neuen, schockierenden Entdeckung haben unsere Mitarbeiter herausgefunden, dass die kürzliche, brutale Mordserie in Salem das Muster einer ungeklärten Mordserie von 1972, 1973 wiederholt. Wie bei der jetzigen Serie sind alle Morde unkonventionell, bizarr und ungelöst und sie alle trugen das Zeichen der Glocke. Während die Polizei Salem's nicht bereit war, einen Kommentar zu der Verbindung zu alten Fällen abzugeben, sind die Beweise erdrückend, dass ein Serienmörder nach Salem zurückgekehrt ist, um eine neue Herrschaft des Terrors zu beginnen oder einen Nachahmer hat, der seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Übersetzungen sind echt teilweise... Wow. Was man über Mrs. Gwynn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit... Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut, ist ein Auslöser für sie. Hier ist klar, dass der Umgang mit solchen Patienten frustrierend sein kann, besonders wenn sie Medikamente nehmen und weniger ansprechbar sind. Aber sie müssen... Okay. Okay, sie wird total verrückt. Was haben wir hier? Ich nehme mal alles mit. Joy kann ja da mal kurz in Sicherheit sitzen und hier sind lauter... Ach, und das ist hier der Pfleger oder was? Ja, den müssen wir jetzt eben mal für Joy ablenken. Das machen wir, glaube ich, am besten hier mit dem... Und jetzt noch schnell die Kamera. Und wusch. Ach so, ein Elend aber auch. Was ist denn mit euch zwei hier? Okay, er scheint hier der Pfleger zu sein. Wer bist du? Das kann ich dir nicht sagen. Können wir uns hier nicht durchteleportieren? Nehmen wir halt hier lang. Ich wollte mal kurz hier von so... Okay, ja. Was in verrückten Menschen vorgeht. Auf zur Hütte. Okay, also alles so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Wer bist denn du? Hier kann man sich nur verstecken. Oh! Vergiss es. Na gut. Dann... Ach du Scheiße. Okay, hier... Hier ist natürlich wieder so ein Loch. Ich meine, wir könnten theoretisch so drüber. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen. Allein, auf dich gestellt. Ah, und da kommen wir nicht drüber. Okay. Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Oder zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Ja, also, das heißt anscheinend, es ist jetzt nicht die Hölle. Aber ich kann mir dann auch vorstellen, wenn die Seelen dann hier, ja, nicht weitergehen und irgendwie hier hängen, dann sind sie halt hängen geblieben. Nein. Was jetzt? Okay. Geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Oh, scheiße. Wer kommt denn da? Nein, nein. Wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Okay, begib dich zum Zimmer 216. Das Hochsicherheitsdakt haben wir erfüllt. Wir kommen hier nicht weiter. Finde einen anderen Weg. Versiegelt. Was ist denn hier passiert? Kommen wir da durch? Ach, du Scheiße. Natürlich gibt es in jeder Irrenanstalt auch noch so einen Bereich, wo seit Jahrzehnten keiner mehr drin war und es durchs Dach regnet und sonstige Ekeligkeiten passieren. Hm. Und hier sind viele verlorene Seelen unterwegs. Alter Verwalter. Aber auch nichts, was irgendwie Ja, nichts, was irgendwie so ein bisschen Sinn macht einfach. So, ah ja, hier geht's weiter anscheinend mit dem Kätzchen. Nun, bevor wir die Katze bedienen, äh, benutzen, müssen wir hier natürlich nochmal einen Blick werfen. Noch drei mehr. Gut, zwei Sachen sind ja üblicherweise hier nirgendwo versteckt. Also gut. Das war's. Das war's.